Und das hier ist der größte Magnolienhain, nördlich der Alpen in Aschaffenburg, das Aschaffenburger Schöntal. Das kann man mal zeigen, da sind eine Menge Leute da. Sind die nicht schöne? Wow! Total wärme! Weil es da so viele sind. Wunderschön! Ja, da habe ich gerade mal die Kulisse gewechselt, bin schon auf die andere Seite rüber. Da sind halt gewaltig viele Leute, Pholographen und Paare, die sich jetzt hier ablichten lassen. Weil sowas gibt es wirklich nur in Aschaffenburg. Immer um diese Zeit. Ist das nicht schön? Das hat der volle Arme. Da denkt man wär im Paradies. Wunderschön! Ja, das sind so die Naturfunde, die man entdecken kann, wenn man weiß, wo sie sind. Das ist hier das Schöntal, das heißt also nicht umsonst Schöntal. Aber hier in dieser Jahrestag kommt es mit mir ganz deutlich raus. Ah, wie die duften, total abgefahren! Wow! Na ja, jetzt mach so ein kurzer Ausschnitt, jetzt kommt die Sonne wieder raus. Kann man jetzt nochmal mit Sonnenwisch sehen. Kann man sich kaum losreißen von so einem Anblick. Wunder, wunderschön!